Hello! Kennt ihr schon das Lifelong Vitality Pack? Nein? Dann erzähle ich euch jetzt mal, warum es eines der beliebtesten Produkte bei doTERRA ist. Das Lifelong Vitality Pack, Lebenslange Vitalität, kurz LLV, ist eine hochwertige Nahrungsergänzung aus natürlicher Quelle, also keine Chemie, keine Synthetik, die dazu dient, die tägliche Nährstoffzufuhr zu erhöhen. Sie besteht aus diesen drei Produkten und gibt es auch in einer veganen Variante. Unser Körper bringt jeden Tag Höchstleistung und da ist es umso wichtiger, dass wir ihn mit Nährstoffen versorgen. Die natürlichen Quellen haben eine hohe Bio-Verfügbarkeit und auch wenn wir schon gesund essen, auf eine ausgewogene Ernährung achten, auf die Qualität unserer Lebensmittel achten, ist es leider so, dass die Lebensmittel heutzutage nicht mehr diesen Nährstoffgehalt haben wie vor 50 Jahren, denn die Böen sind einfach ausgelaugt. Fangen wir mal an. Alpha-CRS sind Antioxidantien, ist also ein Komplex für eine gesunde Zellfunktion. Antioxidantien schützen unsere Zellen und zwar zum zum Beispiel vor freien Radikalen, vor Umwelteinflüssen, vor toxischen Belastungen. Und dieser Zellschutzkomplex besteht aus zum Beispiel Q10, Traumkern, Granatapfelkern, Kurkuma-Extrakt, Mariendiestel und dem Tami-Tamer-Komplex. Der Komplex dient dazu, eine Mischung aus ätherischen Ölen um einfach eine bessere Verträglichkeit zu unterstützen. Dann gibt es Omega-Fettsäuren, V-Omega in der veganen Variante oder Xe-Omega. Xe-Omega bezieht die Fettsäuren aus einer Marienquelle, bei V-Omega, bei der veganen Variante sind es pflanzliche Quellen. Zum Beispiel Leinsamen, Borritschöl, Cranberry, Granatapfelöl. Dazu kommen ätherische Öle und Mikroalgen und das unterstützt einfach eine gesunde Gehirnfunktion, unsere Gehirnfunktion. Und dann haben wir noch den Mikroplex, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, zum Beispiel A, C und E, B-Vitamine, natürliches D3, Zink, Seelen, Magnesium, Calcium, Grünkohl, Eisen, Brokkoli, Spinat, Petersilie, also Enzyme, die unseren Stoffwechsel unterstützen, unsere Immunfunktion unterstützen und wichtig sind für unser Nervensystem, unsere Knochen, unsere Zähne. Gebt dieser Nahrungsergänzung ruhig 3 Monate Zeit. Es ist wichtig, dass unser Körper die Nährstoffe voll und ganz aufnehmen kann. Das dauert manchmal eine Zeit. Aber ganz viele berichten auch schon nach Tagen oder Wochen einfach, dass sie sich vitaler, fitter fühlen, dass sie mehr Energie haben, dass dieses Nachmittagstief weg ist oder Heißhunger, der nährstoffmangelbedingt ist, weg ist. Ihr werdet es merken, dass sich euer Hautbild verbessert. Bei mir sind Nägel und das Haarwachstum haben sich verbessert. Ich habe stärkere Nägel. Und ja, probiert es gerne mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß.